Ich finde die Oper langweilig, wo ich da eine Stunde auf so eine Dekoration glotzen muss, wo da irgendjemand Stöpfchen ausgesucht hat. Der Holländer, der wird nicht mehr so gedacht. Ich habe ihn sehr oft gesehen. Und das ist immer so eine Art Musical. Und das ist dann so mit Jo, 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 Jo. Also selbst in den anspruchsvollsten Inszenierungen sieht das eigentlich immer ziemlich bescheuert aus. Und das ist immer so. Und das ist immer so eine Art Musical. Und das ist immer so eine Art Musical. Und das ist immer so. Kugeln auf und die Beuge! Nichts, keine Kugeln. Du weißt, wie es alles funktioniert. Auch wenn du hinkommst und du denkst, der Fisch, den Fisch, leg dich in den Vater. Ich habe eine Welt kugeln. Kommt hier rein, das ist die Hände nicht. Das macht aber nichts. Dann tust du einfach ins Kieren. Dann hast du eine Kniebeuge. Dann kommt der Nächste an und da kommt der Schrauben halt. Hier ist das Gold. Das ist die Wunde, die du nicht schluchst und so weiter. Da, schauen Sie sich an, schauen Sie sich an. Und dann am Ende der Jahre, da öffnen Sie jetzt praktisch die Führung, wo Sie da sind. Das ist die Wunde, die du nicht schluchst und so weiter. Und jemand, der alle sieben Jahre zurückkommt, um wieder erlöst zu werden, der kann ja eigentlich nicht ganz dicht sein.